Am Sonntag, den 14. April um 15 Uhr in der Riedtsporthalle findet unser Pokal-Halbfinalspiel gegen den VZB aus der 2. Bundesliga statt. Wer Lust hat, kommt um kurz vor 3 in die Halle und folgt uns an. Vielleicht ist was gegen den großen Favoriten möglich. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Vielen Dank.